Mein Name ist Markus Friedrich, ich komme aus Wirschweiler und ich biete mit meinem alten Landrober hier im Hochwald eine Hochwald-Safari an, ähnlich wie in Afrika, so kann man das hier im Hochwald auch machen. Unsere Big Five, die sind nicht gerade so ausgeprägt wie in Afrika, wie jetzt Giraffen und Löwen, dafür sind im Hochwald, wo man gerne lebt, isst und trinkt, sind unsere Big Five eher gefüllte Klöße und Spießbraten und Kartoffelwurst. Ich spreche unter anderem auch Menschen an mit Gehbehinderung oder Menschen, die einfach nicht so bewandert sind mit unseren schönen landschaftlichen Wanderwegen. Daher ist meine Alternative, ich kann bis zu sechs Personen in den Landrober packen und wir schauen uns hier auf einer fünfstündigen Reise, sagen wir mal Safari, kommt ja aus dem Suaheli und heißt Reise, schauen wir uns hier den Hochwald an mit seinen Sehenswürdigkeiten, sei es die ehemaligen Eisenverhüttungsstätten oder auch die Wildenburg oder wir fahren den ein oder anderen Hofladen an und bringen den Menschen einfach hier unsere Kultur und unsere Lebensweise nahe. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir natürlich irgendwo ein schönes Picknick im Wald machen und kochen, dann Kaffee essen, unsere regionalen Köstlichkeiten hier wie Spießbratenbrötchen und auch unser Bier. Und ja, den Hochwald so zwar leben, wie er ist, auch an Punkten, die ihr normalerweise nicht zu sehen bekommt, mit ein bisschen Abenteuerflair und ein bisschen Lagerfeuerflair und ein schönes Picknick gemalt, wird das ein toller Tag.